Yo Leute, was geht? Heute geht es mal um Squadbusters. Ich zeige euch, wie ihr einen zweiten Account in Squadbusters erstellen könnt. Schritt für Schritt werde ich euch zeigen, wie ihr einen zweiten Account in Squadbusters ganz einfach erstellen könnt. Ich würde mich extrem darüber freuen, wenn du jetzt ein Abo dalassen könntest und ein Like. Würde mich auf jeden Fall mega unterstützen und ich würde natürlich noch mehr Tutorials machen. Schreibt einfach in die Kommentare, wo ihr Hilfe braucht und ich werde es euch erklären, wie es geht. Ich würde mal sagen, wir haben schon genug geredet. Wir fangen auch jetzt schon direkt mit dem Tutorial an. Wir öffnen noch davor kurz die Truhe, gehen kurz ins Squad, graden den Bo ab und machen die Bogenschützenkönigin weiter. Und dann gehen wir auch noch kurz im Shop und dann geht es auch sofort los, sammeln das Ganze ein. Und ich würde mal sagen, jetzt beginnen wir auch schon richtig mit dem Tutorial. Dafür müsst ihr auf diese drei Balken gehen. Ihr seht schon, Famed Posse. Ich weiß, hört sich gut an, hört sich lustig an. Das Erste, was ihr machen müsst, erstmal öffnen ID. Ganz einfache Sache. Jetzt seht ihr hier meinen Account. Ihr seht auch meine Freunde. Ich weiß es sehr viel. Ganz einfach. Ihr müsst jetzt auf Einstellung klicken und dann ganz einfach Log Out. Also ausloggen. Das machen wir jetzt auch. Jetzt loggen wir uns aus. Das Spiel startet neu. Und jetzt müsst ihr mir ganz genau zuhören. Klickt nicht auf mit Supercell ID anmelden. Das erkläre ich am Ende, wie das geht. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Ganze geht. Wenn ihr ohne Supercell ID das machen möchtet, dann klickt ihr jetzt auf ohne Supercell ID spielen. Das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr jetzt das Ganze richtig macht, weil sonst müsst ihr nochmal von neu anfangen. Also keine Fehler machen. So, da klicken wir jetzt drauf. Jetzt müssen wir unser Alter angeben. Geben wir einfach 60 plus ein. Ganz einfache Sache. Und jetzt ist natürlich das Belastende. Wir müssen kurz das Tutorial spielen. Das geht auch nicht so lang. Ihr müsst es aber ganz spielen. Ich werde das jetzt für euch vorspulen, damit ihr euch nicht so langweilt. Deswegen würde ich mal sagen, wir fangen auch jetzt schon mit dem Vorspulen an. Aber nicht vergessen, ihr müsst das bis zum Ende durchspielen. Wir haben jetzt das Tutorial endlich durchgespielt. Und ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie es weitergeht. So, nachdem ihr das Tutorial gespielt habt, klickt ihr jetzt auf Verlassen. Logischerweise. Jetzt, okay, was ist euer Nickname? Das wird jetzt euer neuer Account. Also das, was ihr hier gerade macht, wird euer neuer Account. Ich nenne ihn einfach, wie mein YouTube-Kanal, Nummer 2. Okay, jetzt haben wir einen neuen Account erstellt. Du hast in deiner ersten Juwelmarkt. Ja, das ist alles egal. Das könnt ihr alles später fertig machen. Was ihr jetzt seht, wir müssen noch eine Runde spielen, bevor ihr das Tutorial fertig habt. Das ist echt zeitaufwendig, aber ich sage es euch so, wie es ist. Dafür, dass ihr das einmal machen müsst für einen neuen zweiten Account, ist das echt mega nice. Und natürlich für die Leute, die mehrere Supercell-IDs haben, für die erkläre ich das auch noch am Ende, wie ihr es schafft, diesen ganzen Part zu überspringen. Das haben wir natürlich ganz locker geworden. Das waren ja auch nur Bots. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Jetzt kommt es nämlich zu den Entspannteren, beziehungsweise zu dem, was weniger zeitaufwendig ist. Weil wir müssen jetzt einfach eine E-Mail-Adresse eingeben. Und ich zeige euch auch, wo ihr das machen müsst. Also, ihr geht jetzt auf die drei Punkte. Und jetzt ist das Wichtige, klickt auf Verbinden. So, weiter. Deine Spiele sind sicher. Alle verknüpft. Perfekt. Perfekt. Mit Freunden spielen. Alles klar. Ihr seht schon, ich habe hier schon drei Accounts. Ihr seht hier auch schon Konto wechseln. Was ihr jetzt machen müsst, das ist ganz wichtig. Ihr klickt auf mit Supercell-ID anmelden, wenn ihr schon einen Account habt. Oder ihr klickt auf neue Supercell-ID registrieren. Das zeige ich euch auch, wie das geht. Neue erstellen. Ganz einfach. Jetzt registrieren wir uns. Wir haben jetzt unsere E-Mail-Adresse eingegeben. Und natürlich darf mich Supercell mit Neuigkeiten anschreiben. Das Besondere ist auch noch, ich habe eine 10-Minuten-E-Mail-Adresse gewählt. Ich zeige euch auch jetzt gleich, damit ihr seht, was ich damit meine. Macht das bitte nicht. Also, ihr könnt das natürlich gerne machen. Aber nach 10 Minuten habt ihr keinen Zugang mehr zu dieser Datei. Also, zu dieser E-Mail-Adresse. Und ich zeige sie euch jetzt einfach mal. Gebt mir kurz eine Sekunde. Wir müssen kurz die Bildschirmaufnahme ändern. So, hier könnt ihr sie jetzt sehen. Da haben wir sie eingegeben. Wir klicken jetzt auf Registrieren. Dann warten wir kurz, bis die E-Mail-Adresse kommt. Ihr Posteingang ist leer. Okay, ich hoffe mal, das dauert jetzt nicht so lang. Wie aktualisiert. Ah, da ist sie schon. Supercell-ID. Hier haben wir unseren Code. Okay, das war jetzt... Ah, hier. Registrierung. Wir geben das jetzt ein. 1, 6, 9 und 1, 2, 7. Ich habe jetzt nur eine 10 Minuten E-Mail-Adresse genommen aus dem einfachen Grund. Ich habe genug Accounts. Ich brauche nicht noch einen. In 10 Minuten ist es wieder weg. Das ist einfach... Ja, total egal. Sagen wir es mal so. Und jetzt seht ihr, wir müssen hier unseren Avatar auswählen. Alles egal. Und jetzt seht ihr es doch, oder? Wir haben jetzt offiziell einen zweiten Account. Und wir können jetzt einfach switchen. Hier. Ich zeige es euch sofort. Dafür müssen wir wieder rausgehen. Natürlich ganz raus. Oh, wir haben die Queen bekommen. Ja, okay. Jetzt müsst ihr das auch noch kurz durch. Alles klar. Ja, oh mein Gott. Das wollte ich jetzt nicht. Ich hoffe, wir können es... Ah, perfekt. Ja, wir können es abbrechen. Wir müssen uns so kurz auch die Belohnungen suchen. So, jetzt. Nee, mich interessiert das jetzt alles nicht. Mann. Okay, wir haben den Colt. Ja, das ist toll. Ich hoffe... Ja, so. Jetzt. Jetzt gehen wir wieder auf die Einstellungen. Klicken auf Öffnen. Und jetzt kommt das Besondere. Wie schaffe ich es jetzt mit zwei Accounts gleichzeitig zu spielen? Ihr klickt aufs Zahnrad. Wenn ihr aufs Zahnrad geklickt habt, steht hier fett Konto wechseln. Klickt auf Konto wechseln. Fame Posse und eben Passable Posse Nummer 2. Wir können jetzt einfach mal auf Fame Posse gehen. Klicken drauf. Und ihr seht, wir verbinden uns ganz entspannt mit unserem Hauptaccount. Ihr seht hier auch schon, mein Squad ist schon relativ gut gelevelt. Das ist jetzt mein Hauptaccount. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Ich hoffe, ihr habt keine Fragen mehr. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.